Netzwerkorientierung Bedeutet die Fähigkeit, ein Netzwerk aus Freunden und Familie zu knüpfen und zu pflegen. Wenn du dich anderen Menschen anvertraust und engere Bindungen eingehst, kannst du Krisen besser überstehen. Mit engen Vertrauten, die an dich glauben, dich unterstützen und ermutigen, gewinnst du an innerer Stärke. Zu wissen, du bist nicht allein, ist schon eine große Stütze in schwierigen Zeiten. Resiliente Menschen schaffen sich ein Netzwerk aus Freunden und Familie, auf das sie sich verlassen können und scheuen sich nicht, Hilfe anzunehmen. Pflege deine sozialen Beziehungen aufmerksam und zugewandt. Dann hast du auch in Krisenzeiten Menschen an deiner Seite, die dir helfen. Pflege deine sozialen Beziehungen aufmerksam.